Weiter geht's mit Wormer, 40k, Space Marine, Nummer 2. Ach, das war eine üble Mission. Letztes Mal sind wir hier gestorben. Es wird auch irgendwie nicht angenehmer, weil das ist echt eine schwere Mission. Also wirklich. Man muss so viel gleichzeitig bedenken, das ist gar nicht einfach. So, erstmal den befreien, ja. Den scheiß Gargoyles. Okay, das hat funktioniert. Schön. Ja, kommt mal her, ja. Ist noch eine Munition drin? Sehr gut. Hey, hör auf mich anzufassen. Die Frechdachse. Oh, Junge, ist hier was los? Ja, guck mal mich doch schon. Antenne C, wo ist Antenne C wieder hin? Da hinten. Na komm. Ich weiß. So, weh auch wieder, mein Gott. Trifft das, ja, oder? Nee, trifft nicht. Trifft nicht gut, die Nails. Okay. Komm schon. Mein Gott, hör auf zu knabbern hier. Der Feind hat die Antenne beschädigt. Noch mehr von denen. Komm. Ich treffe die gar nicht hier. Jetzt soll das, ich treffe nicht. Jetzt aber. Jetzt treffe ich. Ich brauche Munition, ganz dringend, ganz dringend. Weg da. So. Welche Antenne? Okay. Guck mal, ich mich gleich, komm. Keine Zeit für den Scheiß hier. Und gegenhalten. Oh, was seid denn so frech zu mir? Wie ist der hier? Ich zeige euch, was vorhin ist. Draufhalten. Wir müssen sie aufhalten. Er ist nicht einfach. Also wirklich nicht einfach. So eine große Anzahl an Gegner, ne? Ah. Shit. Der Typ da oben, der macht es so schwer. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition ganz schnell, ganz schnell. So. Weg mit euch. Junge, okay. Ey. Das ist viel zu schwer, ja. Haben wir es jetzt langsam? Was Drecksvieh hier. Wie verhält denn das aus? Guck mal her. Dann habe ich es jetzt geschafft oder eher nicht? Oh, Junge. Boah, ist das hier ein Gemetzel. Aufhalten. Weg mit dir. Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Oh, Junge, Junge, Junge. Hallo. Wer schießt denn auch mich? Das kann ich nicht ganz schnell. Gegenhalten. Oh, Gott. Ich brauche Hilfe. Ja, ja. Ich brauche Hilfe. Dringend Hilfe. Ey, die Witzke, ist das schlimm, ja. Mach ihn weg, genau. Mach ihn weg. Habe ich es jetzt, oder? Oh, Gott sei Dank. Ach so, Terminal muss ich auch noch benutzen. Na klar. Oh, Junge, ey. Das ist keine einfache Mission. So, Feuer frei. Oh ja. Gebt ihm Feuer. Oh, geil. Oh, geil. Ah. Oh. Und? Oh, oh, oh. Die brennen gut. Oh. 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 Oh, we did it. We did it. Sehr nice. Oh, nächste Mission gleich, ne? Diese Stille, ja. Aber es ist ein guter Ladebildschirm. Gebe ich den. Sehr geiler Ladebildschirm. Simpel. Der hinter uns sitzt. Der ist immer noch fishy. Ich weiß nicht, ob der irgendwie neugierig ist, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Oder ob der nicht so zufrieden ist, dass wir das Kommando haben. Wobei, ist er nicht, ne? Ich glaube, der hätte gerne das Kommando gehabt. Aber ich behalte ihn im Auge, ne? Ich beobachte den. Den Frechdachs. Oh. Kanonfeuer. Zurück in der Kommandozentrale. Das war doch gar nicht schlecht, ne? Moin, Jungs. Leutnant, Käpt'n Ackeran hat Ihnen neue Befehle erteilt. Mhm. Verstanden. Nicht mal zwölf Minuten Ruhe. Wo ist Elion? Der Feind hat uns unter Druck gesetzt. Oh. Wir wurden voneinander getrennt. Als wir die Angreifer endlich erledigt haben, war Elion bereits tot. Etwas hat seinen Helm der Ralewegs durchbohrt. Äh. Ich hätte bei euch sein sollen. Ich wünschte, er hätte lange genug gelebt, um das Schwarmschiff brennen zu sehen. Meldig an Käpt'n. Er hat zwei Jahrzehnte lang an Elions Seite gekämpft. Kein Hormagant hätte ihn töten können. Ja. Da unten ist Tödlicheres als Hormaganten. Es war eure Schuld, dass unser Druck getrennt wird. Hey, 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 hey. Er ist tot, Sergeant. Was zählt, ist die Pflicht. Entspann dich mal. So schnell vergesse ich meine Brüder nicht. Was haben wir denn hier so? Okay, da gucken wir nicht drauf. Ist eine Mission gleich. Mit euch zu diskutieren ist sinnlos. Selbst die Staffel im Tempel von Hera würden bessere Antworten. Oh lol. Meldig bei Käpt'n. Ne? Beim Käpt'n. Machen wir doch mal. Machen wir das doch mal. Geht bestimmt direkt in die nächste Mission rein. Käpt'n. Kairon? Haben Sie mit ihm auf Vigilus gekämpft? Ich habe mir die Schlachtberichte mindestens hundertmal durchgelesen. Welch meisterhafte Verteidigung. Ich wurde anderswo gebraucht. Ihr habt ungewöhnliche Einsätze hinter euch. Nicht so neugierig. Ich glückspilz. Ich will einen Speer an dieser Position. Käpt'n. Da bin ich. Käpt'n. Der Mechanikus ist in der Leitung. Der kann warten. Das ist Nosik Beta 12. Ein Mechanikus Erzmargos. Der sollte eigentlich schon längst auf dem Schiff sein. Aber er will Kadako einfach nicht ohne Daten aus seinem Labor verlassen. Er ist in dieser Basis der Imperialen Armee. Seine Anlage ist hier. Der Feind rückt immer mehr. Die Basis wird schon bald überrannt werden. Nosik ist äußerst wichtig für uns. Beschaffen Sie die Daten und holen Sie ihn raus. Was ist mit dem Bergwerk? Wenn wir die Vorratstanks aufbrechen und den Fluss ins Tal leiten, können wir die Felder um die Basis entzünden. Gute Idee eigentlich. Wir kochen Sie in Promethium. Ich gebe Ihnen ein kleines Team, um mir einen Plan umzusetzen. Gut. Drei Männer. Mehr habe ich nicht für Sie. Übernehmen Sie das Kommando. Ja, Käpt'n. Das ist ein verdammt guter Plan. Wir sollen Mechanikus-Daten holen. Wir sind Astartes. Titus an Lirio. Abflug bereit machen. Bereit. Oh, 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 oh. Das wird eine sehr interessante Mission. Okay. Nächste Mission, ne? Das wird spaßig. Das wird spaßig. Oh, da ist unser Schiff. Was denn? Wer seid ihr? Oh, ihr seid neu. Habe ich einen neuen Druck? Oh. Jo. So nämlich. Ich werde euch während des Sinkflugs einweisen. Bruder, Magos Galio wartet in der Rüstkammer. Verstanden. Ah, das ist ein anderer Trupp. Noch ein zusätzlicher Trupp. Okay, und das ist mein eigentlicher Trupp mit Chiron und Gadriel. Wenn Sie keinen Pyroblaster für diese Aufgabe erhalten haben, dann holen Sie sich sofort einen aus der Rüstkammer. Ja, würde ich gerne... Warte, darf ich... Warte. Rüstungskammer? Ist es jetzt Zeit für uns? Oh, Waffen. Das? Ja, komm mal zur Sache hier. Ja, geh mal her. Her damit. Wählen Sie Ihre gewünschte Ausrüstung und die Station wird sie Ihnen anlegen. Seit unserem letzten Treffen hat sich zwar vieles verändert, aber all das sollten Sie noch kennen. Der Omnissire hat uns von Anfang an Klarsichtigkeit geschenkt. Wir segnen diese Maschine, damit sie Ihnen so dienen kann, wie sie auch ihm dient. Okay, das ist... Das ist ziemlich geil. Okay, das ist die neben... Äh, Dings. Schwierbar bist du... Ne, ich brauche... Feuerkraft plus... 3 plus 3 plus 4. Feuerkraft? Warte. Was ist das denn hier? Feuerrate, genau. Feuerrate. 3 plus 3 plus 4. So. Die wird benutzt. So, und als Hauptwaffe, was nehmen wir denn da, was richtig rein scheppert? Was ist das denn hier? Feuerrate 4. Ist gar nicht schlecht. Das ist so ein kleines Ding. Was ist das hier? Wurmboldgewehr. Aha. Aber wo ist denn mein Ding, was so scheppert? Was ist denn das? Warte, ist das das mit... Warte, was? Feuerrate ist ziemlich hoch. Das nehmen wir. Ey, ich muss mal ein bisschen was ausprobieren. Dann hat er so ein Kettenschwert. Ja, ja. Gibt es noch was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist geil. Wir bleiben bei dem Ding. Aussehen. Ne, gibt nichts anderes. Egal, ist okay. Let's go. Ja. Okay. Galeo. Ja. Ich dachte, ich kriege alle Ausrüstungen direkt. Was soll denn das? Das finde ich aber nicht so nett. Och Mensch. Naja. Gehe jetzt zu Start, halt. Na, aber klar doch. So. Oh, oh. Wem haben wir denn da? Wer auf mich wartet, ah? Hallöchen. Bordens Priester. Habe ich nicht vor. Ja. Mögen die Leitsätze unseres geschätzten Primarchen sie leiten. Ich werde sie ganz genau beobachten. Geil. Ihre Worte werden mir im Gedächtnis bleiben, Ordenspriester. Aber die Pflicht ruft. Ja, du kannst mich gerne beobachten, ne? Aber du kannst auch gerne mitkommen, wenn du willst. Ordenspriester. Was ist das? Das ist halt so eine... Warte mal. Einsätze. Der nächste Einsatz erfordert die Zusammenarbeit von zwei Trupps. Eine Kampftruppe aus Space Marines wird die Gegner für Titus ablenken. Die Geschichte dieser Trupps kannst du in der Mission entfernen und im Spielmodus einsetzen erleben. Das ist ja quasi wie ein Halo... Dass du mit Halo 3 ODST eine andere Sicht bekommst. Wobei, ne, ist ja nicht so, ne? Doch, quasi. Ja, okay. Quasi. Ja, auch nicht. Ich labber scheiße. Halo 3 ODST... Ja, kind of. Ist okay. So, Jungs, Mädels. Gleich rappelt's hier im Karton. Geil. Das ist ein wirklich hübsches Schiff. So. Aufrufen wir nach Kadakou. Da, wo es anfing, gehen wir hin, zurück. Mal tief durchatmen, Jungs, ne? Gleich gibt's wirklich Xenos-Gegner in Massen. Oh, yeah. Erz, Margos, ich sage es zum letzten Mal. Sie müssen gehen, jetzt! Aussagen zeigt die übermäßige Solvennis. Wir werden gleich überrannt. Gleich knallt's, ja. Erz, Margos, Sie müssen diesen Ort augenblicklich verlassen. Oh, mein Gott. Ne, weiß ich nicht. Meine zweite Einheit entwickelt eine Strategie, die Ihnen Zeit verschafft. Mein Lord, ich habe drei Trupps verloren auf dem Weg zum Labor. Da draußen ist irgendwas. Verstanden. Drei Trupps? Imperator, schütze uns. Jawohl. Geil. Die drei Trupps? Das wird ja witzig hier. Na, das wird ja witzig. Identifiziere. Labor befindet sich auf der anderen Seite des Schubfes. Ja. Wiederhole. Zeitfaktor hat bezeichnet. Wir melden uns, wenn wir mehr wissen. Ich habe das schon verstanden mit deinem Labor, ne? Scheiß Labore. Oh, geil. Ja. Komm dran. Siehst mal ab von meiner Rüstung hier, ihr Frechdachse. Wirklich. So, ich glaube, ich spinne. Ja, erzähl mal. Gut. Ja. Oh, yo. Irgendein Vieh hat Bock auf uns. Oh, shit. Das sind zwei Space Marines. Das muss ein Liktor gewesen sein. Sergeant Gardner, ein Resilient. Zwei unserer Brüder sind im Kampf gefallen. Schick den Apothekarius. Verstanden. Wir werden Sie ehren, Bruder Sergeant. Lol. Ach, hier liegt noch ein Fuß. Oder ist das eine Hand? Nee, ein Fuß. Nehme Ausrüstung. Oh, wie junger. Wie viele Nades kann man da mitnehmen? Warte, was? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, er ist bugt. Sprenggranaten, klebt mein Gegner. Okay, das ist ja gut. Wir werden mal gleich ausprobieren. Moin. Oh, das ist geil. Peng. Das ist wie die Kletz in Halo. Die blauen Nades. Ah. Teuer. Ja. Macht ihn die Hölle heiß. Komm, komm, komm. Oh, was ist denn jetzt hier? Oh. Jetzt komme ich mit euch mal hier. Jawohl. Exekutieren. Hm. Shit. Shit. Was ist das denn hier? Oh, oh. Die Viecher mit den Waffen sind so unheimlich... Ungemein. Nervig. Unheimlich vor allem. Ungemein. Nervig. Wo willst du denn hin? Bleib mal hier. Arm. Arm. Ich komme hier hinterher. Ich kenne da nichts. Du rennst nicht von mir weg. Ungezieher verpflichtet. Muss noch ein bisschen Treffen, oder? Haben wir es? Was ist das denn? Hm. Toxine auch noch, ey. Haben wir es jetzt? Ich sehe und höre nicht mehr viel. Ich höre nur die beiden irgendwie. Oh, da ist noch einer. Weg mit dem. Exekutieren. Okay. Was? Was für eine Öffnung? Da rein? Wie, echt jetzt? Hier hin? Okay. Oh, noch mehr Tote von uns. Damn. Damn. Damit erledige ich sie. Ja, bestimmt. Was ist das hier? Ja, habe ich auch schon. Hm. So viele Leute von uns hier drauf gegangen. Das ist Fischi. Das ist Sparta. Hier, aber rennt mich nicht. Wo willst du denn hin? Komm mal hier ran, Mann. Ah, warm, warm. Hör auf. Warm. Und ein Pit. Geil. Los, mach den mal weg hier. Komm. Sehr schön, Jungs. Sehr schön, Jungs. Stinkt es nach Tod. Sie wurden total überrascht. Scheiße. Eee. Schnauze. Das bisschen ist anstrengend hier. Was willst du denn für einer? Hör doch mal auf hier. Mh, jawohl. Die Kettenwege rein. Geil. So. Munition ganz dringend. Nade-Schaden auch nie. Junge, okay. Wie denn? So. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Das war dumm. Aber die Nades haben gut reingeknallt. Ein mit der Kettensäge hier. Hopp, 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 hopp. Mh, ist das geil, ey. So. Was haben wir hier? Äh, Zielfernrohr? Nein. Nö, eher nicht so. Oh, Granatwerfer ist gut. Den nehmen wir aber. Ja, ja, das sehe ich genauso, Titus. Achso, ich meine, ah, Nades nur weg sind. Okay, verstehe. Alles gleiche. Scharfschützen. Aus der Sichtweite bleiben. Das soll ein Scharfschützen sein? Die können mich mal. Bam, weg ist er. Scharfschützen, ey. Bam, bam, bam. Peng, peng, peng. Ich mach euch alle weg. Und tschüss. Kommt ab. Mh, kommt ran. Achso, huch. Peng. Auf den Kopf. Mh. Es ist so eine stumpfe Action, wirklich. Es ist so geil, es ist ganz witzig. Ich habe hier so viel Spaß dran. Dabei ist es eigentlich immer das Gleiche. Du rennst irgendwo hin und schnett sitzt. Matt sitzt. Tausend vor Gegnern hier da. Kann ich hier irgendwas holen? Was ist das für ein Auge hier? Ah, so ein Auge ist das. Das ist Sparta. Ah. Achso, nee, das ist nicht Sparta. Ach, Mann. Aber ist auch cool. Nee, ich meine wir verwalten. Versammelt euch am Eingang. Position ist voll. Okay. Was haben wir hier? Klassenerpistole. Nee. Was jetzt? Achso, interagieren. Na klar. Knöpfchen drücken. Hier wird geschossen. Hier wird scharf geschossen. Ja. Oh, moin Jungs. Drecksviecher. Ja, da kommen sie. Da oben kommen sie. Ey, auch nicht das Vieh wieder. Was ist das denn? Nein. Oh, was ist denn jetzt hier los? Hier knallt es aber. Hier rappelt es im Karton. Weg mit dem, weg mit dem. Weg mit dem, weg mit dem. Jawohl. Und. Oh, mein Gott. Weg mit der Vieh. Weg mit dem. Oh, Munition. Geil. Ach, nee. Weg mit dem. Wegsvieh, Mann. Weg von mir. Ja, weg mit dem. Weg mit dir. Noch mehr von dem. Oh, oh. Shit, das war nicht gut. Quatsch, das viele hier. Weg mit dir. Ja, exekutieren. Ey, lass es doch sein. Die da hinten, ne? Die gehen mir die ganze Zeit schon auf den Sack. Wenn ich treffen würde, meine Güte. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Sind die alle gestorben? Ach, Menno. Die armen, alle tot. Ding. Kommt da was raus? Da kommt nichts raus? Lächerlich. Das ist doch ein Joke, oder? Oder waren wir hier schon? Oh, jetzt muss ich mal überlegen. Ähm. Nein, hier waren wir noch nicht. Etwas stimmt nicht. Ja, was denn? Bleibt wachsam. Hier stimmt so einiges nicht. Wir sind da. Waffenbereit halten. Euer Tod ist nah, Ungeziefer. Na, weiß ich nicht. Das wird jetzt stressig. Oh, 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 oh. Was wartet jetzt hier auf uns? So viele Leichen. Eine Leiche. Oh, ey, ey, Jungs. Der ist da oben. Oh, oh. Titus ist nicht schlecht. Oh, shit. Titus ist richtig gut. Wie, was ist das? Der ist Invincible? Und jetzt? Wo ist der? Ah, ein Bosskampf. Okay. Wo ist der? Zeig dich. Ach so, einer ist das. Das wird nochmal sein. Ihr wisst nicht, ihr. Oh, oh. Oh, wart mal kurz. Wart mal kurz. Oh, ich bin hier ein bisschen überdurcht. Das ist nicht gut. Wart mal kurz. Steh auf. So. Wo ist der? Reichtdachs. Wo ist der? Wo ist der? Wo? Zeig dich. Nein. Oh. Das war sehr schlecht von mir. Nein. Das wird doch mal in Ruhe jetzt hier. Oh, der ist richtig nervig, der Typ, ne? Kein Stim mehr. Oh, oh. Nein. Oh mein Gott. Jetzt mach ich nicht weg, hier, komm. Nein. Ey, hör auf. Boah, ist das stressig. Okay, das Vieh, ne? Oh, Munition. Irgendwo muss ich Munition sein. Oder ein Stim-Pack. Irgendwo eins von beiden brauche ich. Das war es gleich. Ziemlich sicher mit mir. Nein. Warum ist der denn so nervig, ey? Wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott. Nein. No. Oh mein Gott. Nein. Oh. Oh. Boah, das Vieh ist nervig. Oh, was kommt denn da noch alles? Was ist das denn? Gibt es hier da wohl Munition, irgendwas? Ne, ne? Nein. Nein. Weg mit dem Vieh. Oh mein Gott. Nein. Weg mit dem Ohr. Ich muss besser blocken. Okay, ich bin einfach zu schlecht im Blocken. Alles klärchen. Wenn wir das hinbekommen, ist er gleich tot. Nein. Oh, shit. Was mache ich denn? Fuck. Er ist voll schnell. Jetzt. Jetzt. Jawohl. Genauso. Jetzt, jetzt, jetzt. Wecken. Uh. Okay. Damn. Ist der übel. Hi, der Witzker. Jep, der ist tot. Ja, aber der hat mir eine Menge Ärger gemacht. Okay, sehr gut. Schönen Jungs. Haben wir doch gemacht. Der Lektor ist ein mächtiger Gegner. Mhm. Eine Herausforderung. Ohne den Leutnant würden wir das Schicksal von Kordana von Sentinus teilen. Ach, kein Problem. Vielleicht war es mehr als einer. Nein. Lektoren jagen allein. Ah. Guck mal an. Hoffentlich ist Nosics Forschung heil geblieben. Das werden wir gleich sehen. Das, Margus. Wir sind da. Deine Scheißforschung müssen wir gehen. Ach, wenn er funktioniert. Na, ist ja toll. Jetzt mich verarschen da oben. So, weg mit dem. Ja. Die Horden kommen. Weg mit euch. Weg mit euch. Kommst jetzt mal her. Weg mit dem. Weg mit dem. Wunderbar. Dran. Okay. Okay. Die Tür geht auf. Gut. Wir müssen warten. Macht euch auf Feinde gefasst. Was sind das für ekelhafte Viecher. Ist ja widerlich. Ja. Kommen sie rein. Kommen sie rein. Ich will aufs Köpfchen drücken. Jawohl. Versammelt euch beim Aufzug. Ich habe nicht mehr viel Leben. Wir müssen... Sie, deste Beinen. Ja, 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 ja. Kannste da nächstes Mal mitkommen. Ich hab mich schon mit Orks besser unterhalten. I mean, der Typ ist speziell. Jetzt gibt es erstmal 5 Minuten Ladebildschirm, oder? Boah, das müssen sie patchen. Das ist schrecklich. Ich kann mal gucken auf die Uhr, wie lange es dauert. Aber ich tippe so auf 60 Sekunden bestimmt für... Naja... Kommt drauf an, wie schnell es jetzt lädt. Boah, Jungs, das müssen sie patchen. Das ist ja schrecklich. Das geht nicht. Das ist für 24, 24 viel zu lange. Binde den Transmitter. Gut, die Chimos. Oh, da ist die nächste Leiche. Sie sind in seine Rüstung gekrochen. Das hat er nicht verdient. Das ist widerlich. Unser Pyroblaster wird uns gegen die Absorber gute Dienste leisten. Gadriel und Resilient. Bruder Dezius ist gefallen. Dezius. Verstanden. Ort wohl für den Apothekarius markiert. Unser Bruder ist nicht umsonst gestorben. Ähm, ach hierhin. Boah, Plammenwerfer, da war ich mal gespannt. Oh, was ist das denn hier? Keine Nackern schaffen. Haltet sie mit dem Pyroblaster auf, damit wir sie töten können. Das sind dreckig ekelhafte Viecher, wirklich. Bäh. Widerlich. Nöppchen drücken. Ah. Was haben wir hier? Jawohl, Munition. Jawohl, aufgefüllt. War aber noch eigentlich voll. Wo war's das hier? Oh, ein Stim. Gott sei Dank. Jetzt hab ich gar ein Stim gerastet. Oh, shit. Näh, ärgerlich. Ich glaub ich hab ein Stim gerastet. Gleich nicht mehr. Hilft das? Das hilft nicht, es sind noch so viele. Ach du Scheiß. Einfach runterspringen oder ja, ne? Weg mit euch. Gott ist das ekelhaft. Was? Oh mein Gott. Das ist ein schlechter Scherz hier, wirklich. Das ist ein ganz schlechter Scherz. Drecksviecher. Schnell, schnell, schnell. Rück aufs Knöpfchen. Hochfahrsequenz eingeleitet. Heilige Leitungen fließen. Sterben die Viecher dadurch nicht? Exorzierung läuft. Wie, was läuft? Willst du mich verarschen? Tyraniden. Oh, Junge. Jetzt geht's aber ab hier. Oh oh. Das ist schlecht. Geht nicht zu nah ran. Das ist sehr schlecht. Ey, ey, ey. Last wird gemäß der heiligen Zahl unverteilt. Mann, Mann, Mann. Was war das denn? Hä? Also. Was ist das denn jetzt hier? Jetzt ist das jetzt hier. Brenn du Wichser, Brenn! Das Netzwerk wird erweckt. Wiederherstellung erfolgt. Fass. Oh, Junge, ist das ekelhaft. Ganz ekelhaft, der Viecher. Wirklich ganz ekelhaft. Habe ich Viecher. Ist ja gar nicht meins. Weiter, weiter, weiter. Komm. Körbchen drücken. Ui. Was haben wir hier liegen? Ah, moin. Moin. Das ist Flammenwerfer-Waste, was ich hier mache. Aber ich sehe die so gerne brennen. Müssen wir hier lang? Einen Stimm-Muckel, das nehme ich gerne. Also auf die Frage, ob wir hier lang müssen? Ja, hat sich gelohnt. Diese Monster scheinen mit etwas beschäftigt zu sein. Sie sammeln Biomasse. Äh. Sie lösen sie auf, um sie später zu holen. Widerlich. Bah. Je schneller wir diese Viecher ausrotten, desto... Was ist das hier? Das sind Tagien. Oh, Moment mal. Ich sehe Grünchen. Ich habe einen Planwerfer für euch. Wart mal kurz. Brennst du jetzt mal hier, oder was? Ich will mich verarschen. Das hält die nicht auf? Oh, Junge. Okay, ich sehe nichts. Kamera? Okay. Die ist manchmal ein bisschen nervig, die Kamera. Wirklich. Oh, Junge. 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 Brenn jetzt. Komm. Komm. Ich bin mit dir. Junge, also. Wenn die in Massen kommen, ist es echt nicht einfach manchmal, ne? Okay, das war's mit meinem Flammenwerfer. Die Munition ist aller. Vielleicht soll ich die weg sein. Banatwerfer ist eigentlich ganz geil. ganzen Leichen hier. Was ist das hier? Datablock. Wer damit. Oh, nicht, dass ich das jetzt mal brauche. Wo muss ich denn hin? Okay. Wo muss ich denn hin? Hier ist dicht. Da komme ich eigentlich nicht weiter, oder nicht? Hä? Ähm, Spiel. Kannst du mir mal einen Hinweis geben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hä? Ist das hier rein falsch gewesen, maybe? Kann ja sein. Eigentlich nicht. Moment mal, doch. Warte mal. Waren wir hier schon mal? Ich weiß es nicht. Ah, ne, hier waren wir offensichtlich nicht. Wie ein Viecher, ey. Hier, Dreckigen. Gut. Einfach dahin gehen, wo die Menschen, äh, die... Alien-Valain sind, dann geht das schon. Hängen. Weg mit dir. Ungeziefernd, ernichtet. Ja. So. Boah, Dreckigen Viecher. Wirklich hasse die. Das sind interessante Minen, wirklich. Junge, hier geht's aber auch ab. Ist noch ein guter?